Hallo und willkommen zu einem kleinen Video und nein, wir spielen jetzt gerade kein Famarama. Es gibt nämlich eine lustige Story, die ich euch furchtbar gerne mitteilen würde. Deswegen sind wir gerade hier auf meiner kleinen Bahn. Und zwar hatte ich vor circa zwei Tagen das Problem, um nochmal von vorne zu beginnen, ich wollte meine E-Mail und mein Passwort von meinem Famarama-Account hier einstellen. Also neu machen, also quasi ändern. So, sowas ist ja generell ja kein Problem, ja. Und wie man das machen kann, das ist ganz einfach. Man geht einfach hier auf dieses Glickzeichen hier und dann öffnet sich ein weiteres Fenster, das ich gleich mal schließen werde. Auf alle Fälle ist es relativ einfach. Sieht man das eigentlich? Bin ich hier auf dem richtigen Fenster? Sieht nämlich gar nicht so aus. Doch, ich weiß. Hier, warte, 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 ich muss bloß hier, ah, jetzt hier. So, danke OBS. Und ja, hier kann man auf diesen kleinen Symbol hier, auf diesen hier, dann öffnet sich ein weiteres Fenster und da kannst du dann deinen Account neu einstellen quasi. So, das Ganze habe ich gemacht. Habe zwei Tage lang gewartet, ohne dass irgendeine Antwort von Support kommt oder von Bigpoint direkt. Ich habe in meinen Span-Nachrichten geguckt, da war nichts zu finden. Ich habe, äh, alle paar Stunden nachgeguckt, ob das was irgendwie erscheinen sollte. Es kam nicht. So, und heute hatte ich halt, ähm, die Schnauze voll gehabt und habe mich mal an den Support rangebart. Was Neues. Ich habe mich schon öfters an den Support rangebart. Egal. Ähm, ich habe denen eine Nachricht geschrieben, ähm, dass, äh, ich bislang noch keine E-Mail erhalten habe. Da ich ja gerne meine E-Mail und mein Passwort ändern würde. So, daraufhin kam jetzt endlich die Nachricht zurück. Das ging wirklich schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Bigpoint direkt vom Support. Und die haben mir, äh, folgendes, äh, fest, äh, also mir folgendes geschrieben. Ja. Hallo, vielen Dank für deine Anfrage an den Support. Ich habe deine E-Mail-Adresse von unserer Blacklist genommen. Äh, erstens, ja? Warum war ich zum Teufel auf eurer Blacklist? Und zweitens, ich meine, ich, ich meine, es ist eine riesengroße Ehre für mich, dass ich bei Bigpoint irgendwie dort auf der Blacklist stand. Ich meine, sowas hat man nicht wirklich alle Tage, ne? Also, äh, auf alle Fälle, ähm, ist es ja wirklich, ähm, wunderschön, dass ich jetzt nicht mehr auf der Blacklist bin. Aber was war denn die Ursache dafür? Die Eintragung in unsere Blacklist kann mehrere Ursachen haben. Na, da bin ich ja gespannt. Entweder war dein Postfach zu einer bestimmten Zeit voll, was gelogen ist, denn meine E-Mail-Adresse ist die, meine private Adresse. Auf diese Adresse kommt selten eine Mail, ja? Ja, ich habe, äh, im Monat vielleicht ein, zwei, drei, ähm, äh, ja, bis zu drei, vier, fünf circa E-Mails auf meinem, äh, Postfach, ja? Ja, und mein Spam-Ordner ist auch schon da, äh, Zeitmonaten leer, oder? Es kommt selten noch irgendwas an. Ich gebe es ja auch selten noch irgendwo an, weil es halt meine private E-Mail-Adresse ist. So, mit dieser privaten E-Mail-Adresse bin ich natürlich auch schon seit Jahren, äh, auf Famarama unterwegs, auch bei anderen Spielen und so. Ähm, auch bei Spielen, die Bigpoint, äh, hat, ja? Ähm, ich war zum Beispiel auf Fantasy-Rama, dann gibt es noch irgendwas anderes von Bigpoint. Habe ich jetzt schon längst vergessen, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe. Ähm, und schon mal stimmt diese, diese Ursache nicht. Kommen wir mal zur nächsten Ursache. Das ist mal ein schöner Rechtschreibfehler. Du hast eine automatische Antwort auf unsere E-Mail generiert. Sehe ich aus wie so ein verfickter Bot? Wie, 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 wie macht man sowas? Wie, du hast eine automatische Antwort auf unsere E-Mail generiert. Was, 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 bin ich Terminator oder sowas? Das stimmt schon mal gar nicht, ja? Finde ich schön, dass sie so etwas als Ursache sehen. Oder du hast unsere Newsletter abbestellt. Erstens, ja? Ich bin kein Mensch, der irgendwelche Newsletter bestellt oder sonst irgendwas, ja? Äh, oder abonniert. Ähm, auch würde ich bei Bigpoint jetzt erstens wirklich keine Newsletter bestellen. Bigpoint ist nämlich so eine Firma, die mir von, äh, dem linken Ohr reingeht und beim rechten Ohr wieder rausgeht. Also die Firma geht mir total am Hut vorbei, ja? Ich würde auch ungern, ich bin einfach wirklich niemand, der sich für ein Spiel relativ gut interessiert, ja? Äh, und das ist nun mal das Problem in der heutigen Zeit. Spiele sind aktuell immer nur dann, ähm, wenn sie gerade rauskommen, dann halt, hält diese Interesse, diese, ne? Ihr wisst, was ich meine, der Interesse halt, ähm, hält vielleicht einige Tage und das war's. Der Hype ist vorbei. Ja, und so ein Spiel ist halt auch Pharma-Rama, ja? Ähm, wenn du es ein paar Stunden gespielt hast, ein paar Tage oder vielleicht Wochen sogar, hast du quasi alles gesehen, alles erlebt und so weiter und so fort. Und dann hat's Spiel, hat dann, dann hat das Spiel einfach keinen Reiz mehr, ja? Äh, das gleiche ist auch wie bei, äh, bei Minecraft zum Beispiel. Ist da auch ein gutes Beispiel, ja? Ich wollte mir keine 10.000 Folgen von, äh, Minecraft angucken, weil ich das einfach mega langweilig finde. Ähm, genau so ist es auch, äh, mit anderen Spielen. Ich hatte zum Beispiel das Video letztens gemacht mit, äh, wie hieß das Spiel? Magloia? Moglia? Oder keine Ahnung, wie das Spiel. Ich hab's 1, 2, 3 Tage gespielt, ähm, ich hab natürlich auch kein weiteren Interesse mehr an diesem Spiel gefunden. Ja, das ist das, das ist halt was Neues gewesen, was man nicht kannte. Und, äh, dann hält er diese Vorfreude für ein paar Stunden oder so und dann hat man einfach keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Das ist vollkommen normal. So ist nun mal die heutige Zeit, ja? Und, ähm, deswegen das gleiche ist ja wie bei YouTube. Wenn kein regelmäßiger Content kommt, ähm, verliert der Zuschauer auch die Lust, da weiter zu gucken. Der Zuschauer will halt, oder der Unterhalter, also der, den, der unterhalten werden will, ähm, muss ständigen Content, äh, haben, damit er sich unterhalten kann, ja? Äh, und, äh, wenn mal so etwas nicht kommt, ähm, dann ist natürlich schnell das Aus in Sicht, ja? Äh, und das ist auch das gleiche wie bei Spielen. Und Famarama ist halt wirklich so eins und es juckt mich einfach nicht. Es interessiert mich im Grunde nur noch halbherzig, ja? Äh, ich spiele es zwar trotzdem noch halbwegs, habe aber im Grunde jetzt keinen wirklichen Grund mehr oder keine Lust mehr dazu, äh, dieses Spiel zu spielen. Im Grunde spiele ich Famarama nun auch für YouTube, um irgendwie, äh, jetzt Videos zu bringen oder irgendwie was, ja? Und, äh, das ist eigentlich das, was ich nie wollte. Ich wollte halt kein, äh, Kanal sein, der, äh, einfach nur, ähm, Famarama-Content bringt. Das wollte ich nie. Ähm, und ich würde auch meinen, dass solche, ähm, solche Accounts einfach sich nicht wirklich lange halten, ja? Ja, also auch der, äh, der Spieler verliert da schnell dann mal die Übersicht oder hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr, also keine Lust mehr auf diesen Content, ja? Und, ähm, es ist immer so eine 50-50 Chance auf solche Spiele, ja? Ähm, es gibt natürlich immer wieder Leute, äh, die sich dafür immer noch weiterhin interessieren, aber die Frage ist halt, wie lange noch, ne? Äh, äh, vielleicht kommt irgendwann wieder ein anderes Spiel, was vielleicht doch noch ein bisschen interessanter ist als Famarama. Und, ähm, ich, äh, ja, ich hab das Video schön in die Länge gezogen, schön, acht Minuten jetzt. Ähm, ich hoffe, ihr habt mir zugehört. Ich freu mich auf alle Fälle, jetzt endlich nicht mehr auf der Blacklist zu sein. Dankeschön, Bigpoint, ich freu mich. Aber auf alle Fälle, guter Service, ja? Also der Support, der hat eigentlich relativ zügig geantwortet, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Probleme habt, so wie ich immer, ich meine, es ist jetzt nichts Neues, wenn ich irgendwie Probleme mit Bigpoint habe, vielleicht bin ich auch deswegen auf der Blacklist. Äh, ähm, ja, dann werde ich mich mal losreißen, jetzt vom Mikrofon und an die Tastatur wagen und den nächsten, äh, den nächsten Beschwerdebrief schreiben an Bigpoint. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Schaut mal bei den anderen zwei Videos raus, äh, und, äh, lasst ein Abo da oder was weiß ich. Und ansonsten, danke fürs Entfernen der Blacklist und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.